Musik Also für mich ist es vor allem die Vielfalt. Also ich finde, dass hier alle Rassen, alle Reitweisen, das finde ich ganz toll, dass die hier alle auf einem Haufen sind. Und ich finde es natürlich auch toll, alle Neuheiten hier zu sehen, hier rumzulaufen. Man trifft ganz viele Leute. Für mich ist es irgendwie wie ein Urlaub hierher zu kommen, ein Bildungsurlaub. Wie gestern sind wir gekommen, haben wir die Hop-Hop-Show gestern Abend angeguckt. Das war ganz toll. Heute Abend gehen wir noch zum Wendelabend. Also die Abendshows finde ich auch super. Aber auch tagsüber, man sieht immer hier und dort was. Dann kann man sich hier mal was angucken. Aber das ist ja auch das Tolle hier, dass es eben so viele verschiedene Sachen gibt. So, ich finde es auch sehr gut.